Hallo, ich bin der Steiner Bertl, Schlagwerklehrer am Musikum Obendorf und ich werde euch heute mit meinen Schülern, mit dem Thomas, das Schlagwerkinstrumentarium ein bisschen näher bringen. Angefangen haben wir mit dem Drumset, das wahrscheinlich eh jeder kennt, das bekannteste, und weitermachen dann mit dem Marimba fahren. Ja, das war jetzt das Stück am Marimba, da habe ich gesehen, da kann man nicht nur mit zwei Schlägen spielen, sondern sogar mit vier Schlägen kann man da musizieren, ich habe den Thomas begleitet mit einer Gachan und das nächste Instrument, das ich mir euch vorstellen schön sind die Bauken. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in das Schlagwerkinstrumentarium, wenn ihr Lust und liebe Habts, das Schlagwerk lernt, dann meldet ihr euch an im Musikum Obendorf. Lieber Thomas, danke. Danke, kann ich nur empfehlen.